liebe leid ich stehe hier in frankreich und zwar an einem baguette automaten und hier kann man sich frisches baguette ziehen leider sieht man hier haben dies gleich viel aber wir schmeißen ein euro rein und dann warten wir 15 sekunden und wir hoffen dass es auch nur 15 sekunden dauert da sollte mein baguette rauskommen und wir warten in frankreich ist das nicht großartig wahnsinn hat das gesehen großartig baguette in frankreich frisch und es ist noch warm großartig